Jürgen Vogt Hausverwaltungen. Gewissenhaft und kompetent seit über 20 Jahren in Ingelheim, Mainz und Umgebung. Bei Jürgen Vogt Hausverwaltungen ist ihre Immobilie in guten Händen. Seit über 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich als Verwalter von Wohnungseigentümergemeinschaften, Miethäusern und Gewerbeobjekten. Mit unserer Arbeit unterstützen und entlasten wir die Haus- und Wohnungseigentümer, indem wir notwendige Aktionen veranlassen, steuern und überwachen. Mir als Hausverwalter ist es wichtig, stets ein offenes Ohr für meine Eigentümer und Mieter zu haben, als zuverlässiger Ansprechpartner zu dienen und auf die Bedürfnisse meiner Kunden einzugehen. Wir erledigen die zeitaufwendige Arbeit für Sie und informieren Sie mit monatlichen Berichten über die erzielten Erträge. Regelmäßig begehen wir unsere Liegenschaften und vergewissern uns, dass sich diese in einem guten und gepflegten Zustand befinden. Um das zu gewährleisten, setzen wir möglichst ortsansässige Hausmeister und Handwerker ein, die ständig von uns betreut werden. Bereits seit 1994 sind wir Mitglied im Berufsverband IVD, der Immobilienverband Deutschland. Diese Mitgliedschaft ermöglicht unserem Team Fortbildungsseminare sowie interessante Kontakte für die fachliche Arbeit. Durch unsere Verbandsmitgliedschaft informieren wir uns ständig über Neuerungen im Wohnungs- und Verwaltungsrecht. Denn mir ist enorm wichtig, dass meine Mitarbeiter stets gut informiert sind, damit wir Sie und die Liegenschaften optimal betreuen können. So garantieren wir beständige Verwaltung, Planungssicherheit und Entlastung. Ihre Immobilie ist bei uns in guten Händen.